Auch am 30. April 1993. Viertelfinale. Es ist ein spätes Spiel am Nachmittag. Selesch gegen Magdalena Maleva. Wenn sie verlieren würde, so denkt Parche, könnte er sein Messer vielleicht in der Tüte lassen. Den ersten Satz hatte Selesch 6 zu 4 gewonnen. Gegen 18.50 Uhr steht sie kurz vor dem Sieg. Selesch führt mit 4 zu 3.